Aber ich frage euch eins heute, heute Abend ist weniger beschlossen, morgen soll die Finsen, es gibt keine Show hier. Schon besser, ich glaube die meisten kennen uns schon, die wissen wie es bei uns abgeht. Da, das war davor. Parken, meine Damen und Herren, in der Schliedfläche, nur auf der Gegenarm gespitzt hier, ohne fremde Hilfe, nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch Kraft im Ärmel sind dazu notwendig. Das Aussteigen übt er noch, aber nicht heute und nicht hier. Der Stall wieder, meine Damen und Herren, und da wird er einmal ganz eckige Kursen fahren, ein Spiel mit Gasputzer und Steuerrad, nur um das Fahrzeug im zeitlosen Tempo, um die Kursen zu steuern. Schauen Sie mal hin. Und dann ist er gestattet, meine Damen und Herren, schauen Sie mal. Das ist Auto-Altistik vom Feinsten und bis heute unüberboten in ganz Europa, dieser Mann. So wie er das heute hier präsentiert, meine Damen und Herren, das ist seine Faszien und das ist seine Wichtingsarbeit. Und da wird er immer noch mal in der Arm und dann schauen Sie mal. Und da wird er immer noch mal in der Arm und dann schauen Sie mal. Und da wird er immer noch mal in der Arm und dann schauen Sie mal. Und da wird er immer noch mal in der Arm und dann schauen Sie mal. Und da wird er immer noch mal in der Arm und dann die Kursen ausdrucken. Ein Wichtingon. So. So, also. Ja, wir haben dieses Camion, mit 85 kmh, das wir versuchen, in der gesamten Strecke. Es gibt ein paar Geräusche, das nicht so gut. Jetzt gehen wir, wir versuchen, zu gehen wie schön wie möglich, aber trotzdem... Das ist so, wie es geht. Das war's. 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 Das war's.